So, ich habe es geschafft, ich bin endlich da. Nach dem langen Stau jetzt, ich habe echt überlegt, drehe ich um? Nein, natürlich nicht. Moment, ich drehe mal die Kamera, dann seht ihr gleich, wo ich bin. So, da wollen wir jetzt rein, was heißt wir? Ich, ich bin ja heute alleine unterwegs. Chris hat ja mit seinem Knie ein bisschen Probleme, deswegen bin ich heute alleine unterwegs, ist aber kein Problem. So, ich ziehe mich jetzt um und dann bis gleich. Freunde, heute geht es in ein altes Gipswerk. Das habe ich zufällig gefunden, als ich mal wieder Cabrio fahren war. Guckt es euch an. So, hier sind, okay, hier sind die großen Tanks. So, hier war mal die Heizanlage. Hier sind noch Mahnhinweise, erste Hilfe. So, gucken, was es hier sonst noch gibt. Hier waren wahrscheinlich die Sanitäranlagen. So, gehen wir noch ein Stockwerk höher. Irgendwo müssten ja dann die Büros mal kommen. Was war hier? Also selbst die Türen sind schon draußen. Was könnte das gewesen sein hier? Da ist noch... Überprüfung der Putze anhand der Siebung. Könnte man fast denken, dass hier noch ein Kinderspielplatz war. Mit der Fenstermalerei. So, hier scheint wohl der Produktionsbereich gewesen zu sein. Wow, das sieht aber echt toll aus. Also hier waren wahrscheinlich dann die Tanks oder die Möglichkeit, dann auch den Gips zu verladen. Ich denke mal, hier unten sind die LKWs reingefahren oder kleinen Trucks, die dann von da oben befüllt wurden. Ihr seht, hier muss man ein bisschen aufpassen, wo man lang geht. Ziemlich viele Löcher hier. Da hinten könnten wir noch raus. Da geht es dann nach oben. Aber ihr seht schon da oben. Ich habe keine Ahnung, ob diese ganzen Löcher hier, ob das schon, dass es gewollt ist oder ob das jetzt mittlerweile so verfallen ist, dass hier schon das Haus sich quasi selber oder das Produktionsgebäude sich selber auflöst. Gehen wir mal in den zweiten Stock. Auch hier sind jede Menge Löcher am Boden. Da ist noch ein Rolltor. Wir liegen hier genau neben einer Bahnstrecke. Vielleicht seht ihr es da draußen. Die Bahnstrecke. Ich denke, dass man direkt auch dann in Güterbaggons verlagen hat. Das würde mich schon interessieren, was man hier oben gemacht hat. Hier gibt es nicht viel. Da ist noch mal solche einzelnen Luken, wofür die auch immer mal warm. Dann gibt es wieder jede Menge Löcher. Guckt euch mal das Dach an. Das sieht sehr, sehr alt aus. Jetzt muss ich erst mal durchschnaufen. Bis jetzt zum fünften Stock. Vielleicht kann ich es euch mal zeigen. Da geht es runter. Mal gucken, wo es da noch hingeht. Hier geht es noch mal hoch. Da geht es ins Dach. Schauen wir uns mal kurz das Dach an. Ob man da noch irgendwas findet. Ein Riesendach. Hier liegen doch überall solche Platten rum, dass man hier nicht runterfällt. Aber es ist alles total staubig hier. Also. Und ihr seht es auch. Mal. Das Dach. Da ist noch eine Luke. Oh, da geht es auch richtig tief runter. Ich schätze mal, das sind 30 Meter. Hier wurde wahrscheinlich irgendwann mal dann der Gips in Lohren hoch und runter gezogen. Zum Verladen. Da ist noch eine Tür. Da können wir mal gucken, wo die Türe hinführt. Oh. Okay. Ich glaube, ihr seht es. Es geht nicht mehr weiter. Das war es. Die Tür machen wir wieder zu. So. Und jetzt gehen wir mal runter. Da gibt es noch ein Nebengebäude, habe ich gesehen. Und da seht ihr mal, was hier alles runterlaufen muss. So. In das Gebäude drüben will ich noch rein. Da drüben. Mal gucken, ob wir da noch reinkommen. So. Ich muss hier noch ein bisschen aufpassen, dass ich wirklich nirgendwo reintrete. Wie gesagt, ihr seht es ja selber. Hier ist echt überall. Es sind hier Löcher. Da möchte ich nicht reinfliegen. Ich glaube, hier kommt man ins andere Gebäude. Irgendwas ist hier mal gestanden. Was immer das auch war. Ob das große Silos waren. Also ich vermute mal ganz stark, dass hier Silos gestanden sind. Und da geht es noch rein. Aha. Hier sind auch wie so kleine Gleise, wo mal irgendwelche Wagen lang geschoben wurden. Aber wir gehen erst mal auf die rechte Seite. So. Da geht es noch runter. Ach so, das ist quasi nur ein flacher Keller. So. Da ist noch was. Maschinenfabrik. Ich hoffe, ihr seht es. Das ist so ein Indiz, wie lange das jetzt schon hier steht. 2013 gab es dann ein paar Lieferungen, Ersatzteilpaket, Zylinder, Gleitplatte und Schieber. So, der Raum ist leer. Aber ihr seht schon, also ich denke, man kann es gut erkennen, dass das Gebäude arbeitet. Und nicht mehr das Stabilste ist. So. Mal gucken, wo es da lang geht. So, ich halte es euch mal. Ich komme durch die Tür nicht durch, aber hier ist ein kleines Loch. Ich kann euch das mal zeigen, was dahinter ist. Dann seht ihr mehr als ich. Wie gesagt, ich würde gerne von außen noch da in den Bahnschienen langlaufen. Aber ich glaube, da kommt man nicht lang. So, von da sind wir gekommen. Dann gehen wir nochmal hier runter. Oh. Da ist nicht mehr viel zum Gehen. Ihr seht, irgendwie fehlt hier das Stockwerk. Da steht zwar dran, geht er lang, aber das machen wir jetzt mal nicht. Hier fehlt quasi die Zwischendecke. Schade eigentlich. So, jetzt kommen wir eigentlich von draußen. Wir können ja mal über das Gelände laufen. Vielleicht kommen wir da hinten noch weiter. Ne, wie es aussieht, kommen wir da nicht mehr lang. Schade. So, jetzt könnt ihr euch das Gelände mal von draußen angucken. Ich schwenke mal langsam rüber. Also da drüben war das Bürogebäude. Hier war dann die Produktion. Hier wird wahrscheinlich das Lager gewesen sein. Und da die Stromversorgung, so wie es aussieht mit den Kabeln. So, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dieses Kurzvideo aus dem kleinen Gipswerk, was jetzt doch kurz vor dem Abriss steht. Freunde, ihr wisst, wie es geht. Einmal bitte liken. Ihr könnt gerne auch kommentieren, wie euch das Video gefallen hat. Und lasst auch ein kostenloses Abo da. Würde mich freuen. Unterstützt mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.